Herr Driesen, Sie sind Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern, der größten in Deutschland. Wie bewerten Sie denn die Rahmenbedingungen für Internet-Start-ups? Die Rahmenbedingungen sind prinzipiell gut. Der Markt ist aufnahmefähig geworden. Man hat inzwischen verstanden, was kann das Internet entscheiden, aber was machen die Unternehmen, die sich dort in dem Bereich tummeln wollen. Sind es diejenigen, die andere Unternehmen als Dienstleister unterstützen, beraten wollen? Sind es diejenigen, die selbst Produkte im Markt anbieten? Start-ups im Internet sind vorwiegend Handelsunternehmen, das heißt eine moderne Form des Versandhandels. Aber da gibt es eine Vielfalt. Spannende Frage ist natürlich, wo bekommt man die Finanzierung her? Da tut sich die Kreditwirtschaft momentan noch schwer mit. In der Diskussion bei der Hans-Seidel-Stiftung über Internet-Start-ups ist die Diskussion auch in Richtung Medienkompetenz gegangen, gerade für junge Leute. Ist es denn Aufgabe der Bildungseinrichtungen, der Schulen oder kann die Wirtschaft, die Industrie da auch mit Unterstützen tätig werden? Das ist zunächst mal eine Aufgabe, die natürlich in den Bildungskanon gehört. Aber darüber wird jetzt seit 15, 18 Jahren geredet und es wird immer nur geredet und es wird de facto nichts gemacht. Was versteht man denn unter Medienkompetenz? Das ist tatsächlich Schüler, junge Leute in die Lage zu versetzen, das, was sie über Medien aufnehmen, sei es im klassischen Printbereich, sei es über klassische, traditionelle elektronische Medien wie Hörfunk und Fernsehen oder sei es über Internet zu bewerten, einzuordnen, zu verstehen, was steckt dahinter. Viele Jugendliche, junge Leute können das überhaupt nicht. Und das ist eine Aufgabe, die als Basiskompetenz schlichtweg in der Schule vermittelt werden muss. Dankeschön. Bitte. Gut.